Hallo YouTube, ich grüße euch. Wir sind unterwegs mit dem Mercedes G55 AMG und werden uns auf den Hofwagen bei der allseits bekannten Mercedes-Benz Motoren-Coryphäe Pierre Zimmer aka Motorenzimmer hier auf YouTube. Der Junge kennt sich richtig aus mit den Motoren und der gesamten Technik der Fahrzeuge. Das macht natürlich Sinn, das Fahrzeug einmal vernünftig richtig auf Herz und Nieren prüfen zu lassen, bevor wir da wieder das ganze Geld in Felgen und Optic Tuning investieren. Ist jetzt mal wieder kurz vor Feierabend, wie das so ist bei den YouTubern. Habe auch keinen Termin gemacht, wie immer. Aber ich denke mal, der Pierre und sein Bruder werden sich da noch die eine oder andere Stunde Zeit nehmen für uns. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Daumen nach oben, Abonnement, alles reinschauen, gerne an dieser Stelle schon. Und ja, wir gucken mal, was die Jungs gleich sagen. So Leute, jetzt sag nicht, die sind schon nach Hause gefahren. Es ist 18.15 Uhr, Viertelstunde nach Feierabend. Und das Tor ist zu, oder was? Ich klingel mal da. Licht brennt doch auch noch. Ich ruf den Kollegen gleich mal an. Nur nicht schon wieder die Nummer liegen. Zimmer. Pierre, bist du's? Hallo? Pierre? Ja? Ah, perfekt. Sag mal, bist du noch in der Firma? Nee, ich bin schon zu Hause. Ihr habt doch bis 18 Uhr offen, oder nicht? Ist doch Viertel nach erst. Ja, nein, aber wir haben heute die Feierabend gemacht. Ja. Du, pass auf. Ja, bitte? Ich, ich, mir ist das ja unangenehm. Ich war ja letztes Mal schon ohne Termin, ja? Ich bin jetzt mit der, ich hab mir eine G-Klasse gekauft. Ja, ja, das hat dich gewartet, oder? Wie könnte ich nur wieder gucken? Ey, ey, jetzt im Ernst, ich bin schon zu Hause. Ja, ich bin jetzt halt schon hier, ne? Also, du hast sowieso ja Licht brennen lassen, sehe ich gerade. Kannst nicht. Ja, in der Firma brennt noch Licht da vorne. Vielleicht hast du auch einen Einbrecher. Ja. Das ist ja 21. Jahrhundert hier. Mit Kamera in der Firma. Live-Stream. Oh, ja, 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 gut. Dann. Komm mal lieber vorbeigucken. Dann können wir kurz nochmal über die G-Klasse vielleicht gucken. Hm, schlechter Scherz. Ich komm gleich vorbei. Ich, ich komm gleich. Ich gib mir ja 10 Minuten. Ja, super. Ich komm aber nur, weil das Licht brennt, sonst, sonst nicht. Ja, okay. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Tschö. Ja, das ist doch nett von dem lieben Pierre. Der schaut jetzt extra nochmal hier in der Firma vorbei, obwohl das schon... Junge, Junge, Junge. Du machst mich fertig. Fertig. Der, ja, Corona, der Corona-Gruß. Ist auch Quatsch eigentlich, ne? Ja, du, da bin ich dir super, super dankbar. Ich werde jetzt mal gucken, ob hier wirklich Licht läuft. Ja, doch. Junge, das ist mal ein Hausautomatisierungssystem. Das geht doch automatisch an und aus. So, weil ich jetzt hier zwar bewegungsmelde, oder was? Ja, das ist ein Zeitschaltung, beziehungsweise, ja. Ja gut, jetzt bist du hier, Pierre. Jetzt würde ich sagen, können wir nochmal kurz rein mit der G-Klasse. Ich kenne das kurz, kurz. Ich bin ja auch extra aus Hamburg hergefahren. Also, von Hamburg ist... Nicht wieder aus Frankreich irgendwie gestrandet, auf sieben Zylindern hier angeblubbert, oder was? Ja, ja, ja. Ist ein bisschen Schatz. Ja, ja. Die YouTube-Community wird's dir danken. Ich hoffe es. Hier macht Sachen mit mir. Hier macht mich echt fertig. Ich halte das nicht mehr aus. So, was willst du jetzt? Willst du ran in die gute Stufe mit dem Ofen? Dann... Oder soll ich auch noch fahren? Ich fahr das früher, lieber Mann. Bevor mir noch die Werkstatt kaputt fährt. Was hast du da eigentlich schon wieder gekauft? Kein Kommentar, ne? Also, ich bin grad ein bisschen, äh... Ich hätte mich, ehrlich gesagt, über ein bisschen Begeisterung jetzt an Piers Stelle gefreut. Das ist ja schließlich sein Lieblingsmotor. Wie gesagt, ein bisschen Begeisterung hätte ich jetzt eigentlich erwartet. Weil ich hab jetzt nicht gedacht, dass das ein schlechtes Auto ist, sag ich dir ganz ehrlich. Ich bin heute Abend echt schwer begeistert. Diese Typen! Also, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Ich schauspieler hier immer so ein bisschen, aber jetzt ernsthaft, also... Genau, ich bin ernsthaft nicht begeistert. Guck mal, immerhin krieg ich ja schon die Tür zugemacht. So, was haben wir denn hier? Macht's nicht so spannend. W463 G55 Kompressor mit... Was hat der auf dem Wecker, der Ofen? 207.000 Kilometer. Also, es gibt auch kaum einen Rentner, der, ich glaube, mit diesem Lenkrad klargekommen ist. 207.000. Und, ja, das ist ganz schön viel für so ein G-Modell, ne? Ja. Ich würde sagen, was machen wir? Was soll ich machen? Wie kann ich dir denn helfen? Also, Pierre, ich weiß ja, du bist ja der Motorspezialist. Aber, ich sag mal, gerade beim G-Modell, die haben ja doch... Die Preise sind ja so hoch, weil, ne, normalerweise, wir kaufen ja immer die günstigen Autos. Meinst du, die Preise sind gestiegen, oder was? Ne, ich sag ja, wir kaufen ja sonst immer so 2.000 bis 10.000 Euro Autos, mit denen wir angekrochen kommen auf den letzten Zylindern. Und da ist es natürlich das Erste, was man sich anguckt, wenn man sich so ein Auto kauft, läuft der Motor und das Getriebe, damit ich zumindest von zuhause zum Funpark und zum Kiez komme. Und jetzt aber so eine G-Taste, deswegen wollte ich gerade sagen, du bist ja der Motorspezialist. Ich weiß, du hast jetzt hier schon alles vorbereitet, aber Karosserie ist ja... Was hab ich denn vorbereitet? Dein Wissen hast du ins Magazin schon geladen und gleich hier, bam, bam, bam. Das schließen wir jetzt gleich ab, aber hundertprozentig. Aber erstmal dachte ich, wir gehen ein bisschen auf die Karosserie ein. Karosserie? Ja. Denn da, wir wollen ja auch erstmal ein paar Pluspunkte jetzt hier sammeln. Seine Community ein G-Modell hätte bei so einem... So ein Auto ist ja eigentlich zwischen 35.000 und 65.000 Euro wert. Genau. Das ist eine ziemlich große Spanne. Und ist aber gut investiertes Geld, aber dennoch hat so ein Auto echt, wie du schon sagst, gewisse Probleme. Wo fangen wir denn an? Beim Scheibenrahmen oder bei den durchgerosteten Stoßhämpferaufnahmen? Wir gucken jetzt erstmal bei meinem Auto, weil da ist nämlich nichts davon durchgerostet. Der Sack. Der Sack. Schnell gucken. Los, komm jetzt. 1 Minute, Pierre, Zimmer, schnell checken. Guck mal, was ist das hier? Da? Da reißt doch der Lack immer und da kommt schon Korrosion. So, hast du eben gesagt, der hat keinen Rost. Guck mal. Das ist doch noch gut. Ja, guck mal, hier sind doch schon Schleifriefen. Der ist doch schon mindestens einmal da an der Stelle überlackiert. Das ist doch noch gut. Weiter geht's. Das ist im Rahmen. So, andere Seite, gleiche Sache. Ja. Warum reißt das? Weißt du das? Weil hier eigentlich mal früher ein 75 PS Motor drin war von der Konstruktion. Und jetzt packt man da 476 Pferde rein. Und das Ganze wackelt so da rum, weil die Fahrwerke immer härter geworden sind. Der Aufbau wangt und die ganzen Karosserinäte reißen. So, und wenn wir jetzt hier gucken, also mal ganz ehrlich, der sieht eigentlich noch echt gut aus. Danke. Ja. Also das sind eigentlich hier so die neuralgischen Punkte. Hier um die Rückleuchte drumherum. Ja, aber hier auch schon mal schön anlackiert. Aber das ist auch nicht schlimm. Ein G-Modell kann man ja auch super anlackieren. Nee, also so im ersten Moment sieht das gut aus. Guck mal, hier krabbelt auch schon das Wachs raus. Ja, aber was? Wie? Guck mal. Das ist gut konserviert. Ja, ja, da waren keine Arbeit. Tatsächlich. Ja, hier rum. Sieht auch gut aus. Da. Guck mal. Was haben wir denn noch für einen Trumpf? Ja, guck mal. Bis dahin haben sie anlackiert. Mhm. So. Was haben wir denn hier? Guck mal, da oben. Hier, das sind so die Punkte, ne? Da sieht man jetzt wahrscheinlich da auf der Kamera ganz schlecht, aber da über meinem Fingernagel, ne? Da sind hier diese kleinen fiesen Punkte, ne? Was haben wir denn noch so für schöne Scheuerstellen? Oha. Was ist denn das? Ach hier, allen Klimpeln in der Tür. Ja, hier, die Punkte, ne? Guck mal, da hast du auch Rost. Ja, unter der Ziele hast du da ein bisschen, ne? Ja, genau. Ja, das ist, ne? Auch die Türscharniere sind da immer sehr betroffen. Das ist eigentlich so Karosseriebereich. Was haben wir sonst noch? Sieht man auch relativ häufig, hatte ich auch mal bei meinem roten G-Modell 300er, dass wirklich die Hauben relativ schnell durchgammeln. Mal gesehen? Wenn der so, wenn der gebraucht hat. Ja, aber ich hab, ich hab mir einen angeguckt, da hat die Haube schon geflattert. Also die, bei so ab 80 hat die geflattert. Aber das kann man ja einstellen, das macht ja deiner auch. Ja, das meine ich jetzt nicht, sondern das Metall hat hier. Ja, ja. Wir haben draußen noch ein, da haben wir auch gerade ein Video zugemacht, ein G-Professional, der hat hier eine begehbare Haube. Da flattert dann noch nichts mehr. Ja, also ich sag mal... Also außen... Und vor allen Dingen, das ist natürlich hier mal der Knaller. Guck mal. Warst du mit dem Ding mal an der Waschstraße? Traust du dich das? Ich wollte, aber der war zu groß. Schön groß an die Hamelner Waschstraße, wenn der das Wischergestänge für 1800 Euro bezahlt hat. Ganz ehrlich, ich hätte lieber darauf verzichtet, weil das auszutauschen ist kein Geschenk. Weißt du, wie das Wischergestänge langläuft? Innen drin. Genau. Das ganze Armaturenbrett muss raus. Das ist mir bekannt. Oh, die sind... Aber das ist auch schon noch gut. Ganz oft sind auch diese Durchführungen hier im Innenraum undicht. Da hast du dann diese Kappe schon kaputt und da ist so ein kleiner Gummidichtring und das Lager ist kaputt. Dann läuft das Wasser da durch bis in den Fußraum und keiner findet die Wasserundichtigkeit. Viele halten sich dann mit dem Schiebedach auf, ist es aber gar nicht. Da hast du übrigens auch Rost drin. Also Pierre, jetzt mal ganz ehrlich. Rost hier, Rost da. Das ist ein altes Auto. Nein, nein, nein. Der hat fünf... Das muss deine Community auch sehen. Komm, gib mal her. Gib mal her hier. Guck, da. Hier. Ja. So ein Kram kauft er sich. Der ist 15 Jahre alt. Pierre. Du kennst dich ja selber mit den Autos aus. Sag mal hier ganz ehrlich. Ich habe für den als Kompressor 35.000 gelöhnt. Das ist jetzt hier... Wurde ja auch oft gefragt. Vom ersten Eindruck her. Sag mal 1 bis 10 hier. 10 ist das Beste. Ich muss ja erstmal... Die Sinjo Leder hat er. Der hat eine Standheizung. Daumen nach oben. G-Modell und Standheizung. Beheizbare Frontscheibe. Also das ist eigentlich alles was geht. Weil... Die Standheizung macht eigentlich die Frontscheibe schon frei. Aber du hast noch eine beheizbare Frontscheibe ist natürlich richtig edel. Du hast einen automatisch abblendbaren Innenspiegel. Sitzheizung hinten. Alles. Mit automatischer abblendbarer Innenspiegel. Um da zu bleiben. Mit Garagentoröffner Funktion. Creme de la creme. Hier die drei Knöpfe. Super geil. Aber kein Alcantara Dachhimmel. Beheizbares Lenkrad. Ich gehe kaputt. Ja. Wichtig. Das dunkle Holz. Das ist das was jeder G-Modell Fahrer sucht. Nein der ist schon gut ausgestattet. Das ist wirklich sehr sehr gut ausgestattet. Leicht getönte Scheiben hinten. Nein. Preis-Leistung ist das top. 200.000 Kilometer für ein G-Modell ist allerhand. Für einen Motor. Aber mit Motoren hätte ich ja sowieso gar kein Problem. Und Getriebe ist auch arg belastet. Weißt du was so ein Ding leer liegt? Weißt du das? Ich schätze 2,2 Tonnen. Ne kommst du nicht mit hin. 2,4 und je nach Ausstattung auch mal schnell 2,45 Tonnen. Und da ist der Tank nicht halb voll. Da ist wirklich das ist echt Leergewicht. Und wenn du da drin sitzt mit vier Leuten und du hast den Tank voll. Dann bist du ganz bequem bei drei 3,1 Tonnen. Aber wirklich ganz bequem. Und das will halt beschleunigt werden. Das will gebremst werden. Das will gelenkt werden. Und das macht halt echt Verschleiß. Du hast gerade gesagt. Deswegen Motorgetriebe beim G-Modell. Speziell weil er so schwer ist natürlich. Aber das ist mein absoluter Liebling. Also. Das darf ich gar nicht sagen. Weil ich habe keinen G-55. Hätte gern einen. Wenn ich das jetzt sage, dann mache ich eigentlich was Kontraproduktives. Ich bin ja immer ehrlich. Der geilste Motor in einem G-Modell ist der 5,5 Liter Kompressor. Warum? Warum nicht der 63 Biturbo? 63 Biturbo ist ein Sahne-Motor. Gar keine Frage. Aber du hast tatsächlich ein Turboloch. Man glaubt das kaum. Warum? Bei dem Kompressor. Du hast bei 2000 Umdrehungen so viel Drehmoment anliegen, dass du diese 3 Tonnen mit denen du gerade unterwegs bist, die merkst du gar nicht. Und deswegen ist das mein Liebling. Auch nicht der 642er 3 Liter Diesel. Nein. Auch nicht der 55 Sauger. Auch super Motoren. Gar keine Frage. Aber mein Favorit ist der G-55 Kompressor. Und jeder der mal so ein Ding gefahren hat und vielleicht auch mal so ein Ding mit Anhänger gefahren hat, der schwört auf diesem Motor. Und deswegen sind die Dinger einfach so unverschämt viel Geld wert. Guck mal an. Ein moderner 642er 3 Liter Diesel. Den kriegst du ja, ich will nicht sagen hinterher geschmissen. Aber der kostet ja fast die Hälfte. Und ist vielleicht 5 Jahre jünger und hat 100.000 Kilometer weniger gelaufen. Ja nicht ganz, aber. Das weiß ich jetzt auch nicht. Du hast dich glaube ich ein bisschen weit aus dem Fenster gelegen. Aber ich weiß was du meinst. Ein bisschen übertrieben. Worauf ich gerade noch mal hinaus wollte. Der Motor und das Getriebe. Sind die in diesem Auto anders? Du als alter Ingenieur. Ich bin ja hier. Ich bin ja hier. Ich bin ja Ingenieur. Ach so. Wusstest du gar nicht. Ich bin nämlich hier. Komm. Es gibt ja immer Dimensionierung. Im Maschinenbau. Und da dimensionierst du ja. Nach genau den entsprechenden Kräften. Und da muss ja. Auf so einem Getriebe. Auf dem Motor. Wie du sagst. Wirken ja hier andere Kräfte. Als in einem CLK. Natürlich ist das in gewisser Weise angepasst. Ja. Jeder Motor bei Mercedes hat ja auch eine extra Motoren Nummer. Und hier sind minimal Teile geändert. Und das Getriebe ist zum Beispiel ist schon abgeändert. Das hängt aber auch damit zusammen. Weil da hinten noch ein Verteilergetriebe dann dahinter hängt. Und dass er die Abflanschung ein bisschen anders. Und im Getriebe sind auch ein zwei Sachen unterschiedlich. Das stimmt schon. Ja. Aber so grundlegend kann man das fast alles zum E55 halt auch quer tauschen. Und man kann hier auch einen E55 Motor rein machen. Und ich weiß gar nicht ob das. Getriebe auch? Vom rein vom. Also das ist nicht das gleiche. Aber von den Flanschen. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher mit der Halterung. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ja. Es kann sein das Gehäuse anders ist. Weiß ich aber nicht hundertprozentig. Aber macht auch nicht wirklich Ärger. Also wenn du die Getriebe regelmäßig spülst. Was du unbedingt musst. Weil du halt viel Masse durch die Gegend schiebst. Dann macht das keinen Ärger. Das ist schon grundsolide und stabil. Und wir kämpfen hier genau mit den gleichen Problemen. Wie im CLS. Wie in der E-Klasse. Wie in der S-Klasse. Nur G-Modell muss man wissen. Wenn du im G-Modell 200.000 km mit dem M113 Motor gefahren bist. Das ist so wie in der E-Klasse. Na ich will jetzt nichts anderes sagen. 280.000, 300.000 km. Das ist schon eine harte Belastung. Definitiv. Auch thermisch ist das eine harte Belastung. Aber komm. Lange Rede, kurzer Sinn. Was wollen wir hier stundenlang drum rum eimern? Im Übrigen. Wir gehen rein. 10er? Never alter. Das hier guck mal. Das ist schon eins der Schwachstellen überhaupt. Hier. Guck mal. Schadenwerferhöhenregulierung. Funktioniert bei dem Ding hydraulisch. Ist eigentlich immer kaputt. Bei dir geht es nur noch so 20%. Also der TÜV-Prüfer würde wahrscheinlich schon ausrasten. Dass das überhaupt geht. Weil das sind die überhaupt nicht gewohnt. Die müssen die Dinger immer so durch den TÜV. Ah ne. Ich sag lieber nichts. Ähm ja. Ich will ja nicht hier die ganze ne. Aber das ist echt. Aber es ist nachgerissen gesehen. DE-Linsen. Das gute. Ach gar nicht DE-Linsen. Guck mal. Aber da sind schon echt hellebieren drin ne. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Guck mal. Mit LED. Ja. Ja. Wie? Das war's jetzt oder was? Hat doch noch nicht mal angefangen. Tut mir leid Leute. Es ist jetzt Samstagmorgen. Ich bin es ja immer gewohnt das Video um 10 Uhr rauszubringen. Und ich habe gerade festgestellt, dass ich von diesem Tag bei Zimmer original anderthalb Stunden Videomaterial habe. Und ja. Der erste Teil hat sich jetzt so ein bisschen mit Comedy und der Theorie beschäftigt. Aber ich habe halt Realtalk für das nächste Video noch eine Stunde Material, wie Pierre mein Auto auseinander nimmt. Von daher würde ich sagen, ich habe jetzt den Samstag was zu tun. Nämlich das Video schneiden für morgen. Lasst an dieser Stelle gerne schon mal ein Like da als Motivation. Ich werde das hier parallel den Tag über beobachten. und dann kriegt ihr morgen, ich will nicht zu viel versprechen, aber mindestens ein 30-40 Minuten Video direkt von Motorenzimmer in erstklassiger Qualität. Ich wünsche euch bis dahin ein wunderschönes Wochenende. Schönen Samstag für euch. Wie gesagt, Daumen, Abo. Bis morgen. Ciao, ciao.